Adidas? Mercedes? Das war doch ein Toyota. Afrika? Samsung? Banane? Das finde ich so geil, Mann. Oh, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Das ist eklig, Digga. Das ist schon echt hart eklig, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Er macht einfach die Geräusche nach. Oh, den habe ich auch, Leute. Happy Birthday to you. Schlage ihn zusammen. Oh nein. Put me down. Ach, Mann. Was zur Hölle? Ist das ein Kind, was ein Weihnachtsgeschenk nicht annehmen will? Er ist schon richtig angepisst, ne? Er will einfach nichts vom Weihnachtsmann. Ey, so eine dicke Faust. Er hat das ja echt gemacht, ne? Hat er sich wirklich gerade mitten in seine Haare rein? Also, Bruder. Okay, Weihnachtsgame 2022. Was probiert er da? Ähm, Bruder. Also, es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber er schafft es nicht. Ich glaube, er ist richtig sauer. Oh, er hat es geschafft. Was ist das? Ja, oh, nee, es sind zwei. Es ist hier eine, es ist da eine. Was soll das? Was soll das? Oh. Oh, wenn das passiert. Das ist der Moment, wo ich den Van nie wieder aufmache. Nie wieder. No. 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 Was geht denn da ab? Oh, nein. Ah, das tut weh. Oh, Bro. Weißt du, was ich dumm finde? Ich bin mir halt nicht sicher, ob die das hätten verhindern können, okay? Aber ich finde es dumm, wenn man das filmt. Das finde ich nicht cool. Das muss ich sein. Oh, Junge, was ist das? Oh, Junge. Übertreib noch mehr. Ja, der guckt die kleinen Spinnen. Das sieht ja... Bruder. Sag ich nix. Die dramatischste Katze, die es gibt. Warum? Fell, das auf einem Baum wächst. Nein, Mann, das ist ein riesiges Spinnennest. Bro. Heftig, Mann. So sieht doch kein Spinnennest aus, Alter. Krass. Überleg mal. Das ist schon heftig, Leute. Bin ich ehrlich. Was geht bei dem Husky ab? Süßer Hund. Nee. 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 Digi, nee. Habt ihr das gesehen? Nein. Bruder. Guck mal, bitte. Das ist doch nicht echt. Das ist doch nicht echt. Wenn ihr sowas zu Hause habt, ruft mich an. Ich helfe euch. Ich bringe einen Flammenwerfer mit, eine Atombombe. Wir zünden das Ding direkt durch. Ich sage euch, wie sie ist, Freunde. Ah, die kenne ich. Er nimmt aber auch echt immer jedes Mal eins von den Videos mit rein. Was ist das? Was ist das? Bro. Äh, äh. Nein. Ey, guck mal, ne. Ich hasse Spinnennest eigentlich auch. Aber muss nicht sein, Leute. Muss nicht sein. Das ist gar nicht cool. Ich finde, das muss nicht sein, Leute. Also, wenn ihr so eine Riesenspinne habt, bringt die raus oder so. Die kann ja auch nichts dafür, dass sie leben. Naja, aber klar sind die Dinger eklig, Mann. Da ist man auch erstmal überfordert, auf jeden Fall. Oh, das ist ein geiles Rendering. Der clean. Hm. Gefällt mir gut. Okay. Besser. Junge. Als ob du 25 Vogelspinnst. Hast du, Digga, hast du Langeweile, Mann? Wer hat denn freiwillig so... Junge, du bist doch dumm. Du bist doch dumm, Marvin, Digga. Mach einfach ein Video auf Tillich. Ich bin mal gespannt, was du für fette Viecher da hast. Also, ich weiß, wen ich in meinem Leben nie wieder besuchen werde. Oha, was geht hier ab? Okay. Check ich nicht. Digga, was lädt er denn? Pfff. Der Typ ist egal. Download aus der Hölle. Was haben wir hier? Diese Fallrutschen sind so heftig, Mann. Ich liebe diese Dinger. Geil. Respekt, dass der den Ball da unten catcht, ne? Ich... Kein Rassismus, okay. Nur entspannter Joke, Leute. Aber neulich in Polen. Das ist passiert. Hey, Bruder! Finde ich gut, finde ich gut. Bro, came to our house? Okay. Äh, es geht da um ne... Das ist ne Rutsche. Das ist ne Rutsche. Digga, krass. Okay, das... Ich lieb rutschen, Mann. Sowas würde ich safe feiern. Sowas würde ich safe feiern. Der hat einfach alle angemalt. Der hat einfach alle mit dem Wasser vollgesprüht, Mann. Oh, das sind ähnliche Katzen. Kitten Season TV hat die Bilder raus... Äh, die Dings rausgehauen. Crazy. Schon süß, Leute. He could have made this, if the boat driver had moved it over. Oha! Schafft er's? Oh mein Gott. Das musste pass... Äh, was ist das? Oh nein, ey. Krise, Leute. Krise. Schwierig. Have you ever seen inside an Emu egg? Emu... Ein Emu-Ei? Okay, bevor wir das aufmachen... Ich wollte schon immer mal wissen, wie das aussieht, wenn man so ein Ei aufmacht. So ein großes einfach, ne? Digga, krass, Alter. Was kann die... Was kann die Katze da so cooles machen? Sie soll sprechen, sagt er. Sprich. Oh, schön. Der hat seine Katze im Griff. Das ist ein süßer Hund, Mann. Das ist ein richtig süßer Hund. Der aber auch, Leute. Cool. Digga. Wenn du das in deinem Garten hast, dann bringt es dir auch nichts mehr, wenn das Fenster zu ist. Junge. Der Bär. Guck, Mann. Dass der Zaun das überhaupt aushält. Wie? Krass. Oha. Clean. Anscheinend hat er für diese Tasche nur einen Dollar bezahlt. Und was ist da drin? Hab ich nicht verstanden, aber ist cool. Was ist das denn? Cool. Okay, das ist echt sehr wild, Leute. Also, weiß ich nicht. Muss man nicht unbedingt... Oha. 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 Chill mal. Chill mal. Weißt du? Was macht er da? Spinnenweben oder was? Hallo, Herr Spinne. Matteo. Ja. Sehe ich auch so. Digga, da musst du schnell sein. Da musst du schnell sein. Wollte gerade sagen. Einfach eine spannende Spinne rum im Zimmer. Der Typ dreht sich jetzt um 360 Grad anscheinend. Er wird jetzt richtig brutal hochgeschleudert. In dem Auto. Ah, doch nicht. Okay, das ist smart, Leute. Das ist smart. Wenn ihr keinen Besen habt und ihr habt gefeiert, nehmt einfach euren Kollegen und nehmt ihn als Besen. Clean. Freundin geht auch. Oh, Digga, die Spinne, Mann. Boah, Junge, ey. Ganz schwierig immer mit den Schüchern. Smart und effektiv. Ja, das muss man auch sagen, Leute. Das ist richtig smart, was die da machen. Nicht schlecht. Wie zur Hölle schafft die Katze das in das Glas? Hä? Oh nein, da ist der Spinne. Boah, Junge, Alter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Digga, Australien, typisch, ne? Diese Riesenspinnen. Mal ehrlich, wer lässt denn Australien auch... Wer lässt denn Australien sein Fenster auf? Okay, wir sollen auf irgendwas warten. Anscheinend machen die immer brutalere Würfe und bewegen sich... Oh, er fängt ihn übelst clean. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hält er sich an dem Mann da fest? Oh, geil. Ey, der Kleine. Oh, sowas... Also, das finde ich schon cool, so ein Raccoon da... Oh, jo, das ist niedlich, das war niedlich. Ja, war es niedlich. Bienenmaskottchen, Leute. Oha! Digga, richtig... Yo! Oha, fast clean gewesen. Wer kennt ihn nicht? Den guten alten Roboter-Keeper? Krass. Was? Digga, guck dir doch mal den Bump an. Das muss ich mir doch mal reinziehen. Das war so Glück im Unglück, Digga. Bump, auf die Fresse. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass der das mit Absicht gemacht hat, ne? Junge, wild. Wenn ich das erste Mal schiefah, Digga, sieht genau so aus. Oh, ob Weltmann sowas viel Spaß haben? Ich glaube schon, ne? So, Ballybutt ist... Oha, die pennen alle. Ah, schön. Uh, das ist wirklich richtig clean. Oh, Billiard, Digga. Immer wild. Okay. Staubmaler auf Autos. Uff. Ja, einfach, einfach den Football gefangen und weil da das andere Team drauf war, haben sie ihn einfach aus dem Stadion geworfen, Digga. Was für Disrespect. Fühle ich die Aktion. Aber der BMX-Typ hier, Junge, der ist mal wahnsinnig. Krass. Was machen die damit jetzt? Scheiße, ich komme auf dem Basketball. Bro. Das ist nicht schlecht. Okay, ist das echt oder Kuchen? Es ist echt. Es ist Kuchen, Digga. Ja, das ist ein Kuchen. Digga, er hat einfach den Ball geklaut. Sie hat die Arme aufgemacht. Und jetzt guck dir an, Digga, dieser greedige Typ nebenan. Ich wäre so angepisst. Er so, Kuss, Bro, auf Chillig und schenkt ihn einfach. So, was könnte er jetzt machen? Checken, ob sie einen Freund hat. Hat sie keinen Freund dabei? Gib dir einfach den Ball. Dann muss er natürlich nur noch die Nummer klären, Digga, auf Chillig. Sag ich, wie es ist. Exposed, okay. Aber was denn? Ah. Das war der magische Trick. Guck dir die Katze an. Oh, Leute. Kurz, kurz chillen. Folgt dem grünen Ball. Beim letzten Mal war ich falsch. Beim vorletzten Mal easy richtig. Let's go. Digga, es ist so schwer. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Links, 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 links. Ha, ha, so ein Ding nämlich. Und das in einem Haus zu haben, das hat schon Stil. Ich glaube, das Ding ist gezeichnet. Das hier. Ja. Not with me. Geile Aussicht. Bro. Krass. Ah. Kurz Spinne ins Auto, ne? Das ist so der Moment, wo ich sage, so, ey, Bro, ich muss mein Auto zurückgeben. Krass, guck dir mal den Affen an, wie der am Schwingen ist, Mann. Das ist ja richtig krass. Sein tägliches Training auf Chillig. Es geht darum, wer sich als erstes auf den Stuhl setzt. Es ging echt darum, wer sich als letztes auf den Stuhl setzt, Digga. Also, als erstes. Oh, was geht bei ihr ab? Wir haben so fünf Steinplatten. Junge. Oder war das Holz? Krass. Das ist ein Kaffee für Hunde. Das ist ein Kaffee für Hunde. Ein Hundekaffee. Das ist ein Ort in den USA, die nicht real sind. Okay. Oder Ort in den USA. Ja, Oregon. Ja, finde ich jetzt nicht so. Ja, wobei, doch. Doch. Auch Arizona. Arizona, Digga. Puh. Sah krass aus. Level 2. Digga, ist ein Wellensimulator. Level 3. Und er muss immer Tricks machen. Krass. Level 5. Level 6. Der Jump. Level 7. Level 8. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Digga, der Schneidersitz. Out. Out. Level 10 hat er reingeschissen. Er versucht, unsere Gedanken zu lesen, ohne irgendwas zu sagen. Ob wir bereit sind. Ob wir bereit sind? Okay. Ich bin bereit. Ich rede laut. Der Geil Nummer 1 bis 10. Ich sage 7. Addiere 5. Ich sage 12. Subtriere minus 2. Das sind 10. Wow. Und jetzt. Stopp, 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 stopp. Das ging mir alles ein Ticken zu schnell. Also, bei 10. Jetzt. Subtriere die Originalziffer, die du ausgewählt hast. 7, Leute. 7 plus 5 minus 2 macht 10. Jetzt noch die originale Nummer, also meine. 7 abziehen. Heißt, ich habe jetzt eine 3. Und die will er erraten, oder was? Die will er jetzt erraten, oder was? Die 3? Niemals. Save nicht. Wir gucken rein. I can't believe he got it right for me. Hä? Digga, hat der da gerade eine 3 gehabt? Bro. Zitcode. Zitcode. Direkt. Oh, ich bin done. Na, Freunde. Das war es dann wieder auch mit einem weiteren Spinnvideo auf diesem Kanal. Ich hoffe, es bleibt dabei. Lasst ein Like da, wenn euch es gefallen hat. Und ein dickes Küsschen für euch. Macht's gut. Deno out.